Ich komme zum fünften Teil des neunten Vortrags unseres Themas Wer ist Rudolf Steiner und hier auf die Inkarnation als Erbani in der Gilgamesch-Zeit. Und dann sollte er, also Gilgamesch, eine Art von Einweihung durchmachen, dadurch, dass er zurückgeführt wurde zu jener Art von Anschauung, die seine eigene Seele während der atlantischen Inkarnationen hatte. Was uns nun der Mythos darstellt, als die See- und Irrfahrten des Gilgamesch nach dem Westen, das ist nichts anderes als die innere Initiationsfahrt seiner Seele, durch die sie hinauffährt auf geistige Höhen, auf denen sie wahrnehmen kann, was um sie herum war in der alten atlantischen Zeit, da die Seele noch hellsichtig in die geistige Welt hineinschaute. Daher erzählt der Mythos, dass Gilgamesch auf dieser seiner spirituellen Fahrt zusammengebracht wurde mit der großen atlantischen Herrscherpersönlichkeit Xisutros. Das war eine Persönlichkeit, welche gewissen höheren Hierarchien angehörte und während der atlantischen Zeit in den Regionen der Menschheit lebte seither, aber dieser Menschheit entrückt war und in höheren Gebieten des Daseins wohnte. Diese Persönlichkeit sollte er, der Gilgamesch kennenlernen, um aus der Anschauung ihrer Wesenheit dasjenige zu gewinnen, was notwendig war, um zu wissen, was die Seelen sind, wenn sie hineinschauen können in die geistigen Welten. So sollte er wiederum hinaufgeführt werden in die spirituellen Sphären dadurch, dass er zurückgeführt wurde in seiner Seele bis in die atlantischen Zeiten hinein. Und wenn ihm aufgetragen wird, er soll sieben Nächte und sechs Tage nicht schlafen, so bedeutet das nichts anderes als eine Übung, durch welche die Seele gestaltet werden sollte, um völlig einzudringen in die entsprechenden, eben charakterisierten geistigen Regionen. Wenn uns nun gesagt wird, dass er dies nicht aushielt, dann bedeutet das wiederum etwas sehr Wichtiges. Es bedeutet, dass Gilgamesch uns dargestellt werden soll, als eine Persönlichkeit, die hart an den Rand der Initiation gebracht wird, die gleichsam durch die Pforte der Initiation hineinschauen sollte in die geistigen Geheimnisse, die aber durch die ganze Art der Zeitfehlnisse doch nicht in alle Tiefen dringen konnte. Kurz, es soll gesagt werden, dass der Inaugurator, der Einrichter der babylonischen Kultur gewissermaßen an die Pforte der Initiation stehen geblieben ist, dass er nicht ganz klar in die höheren geistigen Welten hineinschauen konnte und dass er deshalb der babylonischen Kultur so recht das Gepräge gegeben hat, welches ein Abdruck ist von einem bloßen Hineinschauen in die Initiationsgeheimnisse. Wir werden nun sehen, wie diese äußere babylonische Kultur tatsächlich so ist, dass sie rechtfertigt, was eben gesagt worden ist. Während uns zum Beispiel alles darauf hinweist, dass wir in Hermes eine Persönlichkeit vor uns haben, welche tief, tief hineinschauerte in die heiligsten Geheimnisse der Initiation und deshalb der große Initiator der ägyptischen Kultur werden konnte, so müssen wir sagen, dass die äußere babylonische Kultur in einer Weise zubereitet worden ist, wie wir es eben charakterisiert haben. Nämlich durch eine führende Persönlichkeit, die in ihrer Seele alle diejenigen Eigenschaften hatte, die sich entwickeln, wenn man nicht ganz in das Innerste der heiligen Geheimnisse eindringt. Deshalb haben wir in der Tat im alten Babylonien die historische Entwicklung so, dass wir deutlich nebeneinandergehend einen äußeren Kulturverlauf und einen esoterisch inneren haben. Während im ägyptischen Leben diese beiden mehr ineinander spielen, fallen sie gewissermaßen in der alten babylonischen Kultur durchaus auseinander. Und innerhalb dessen, was wir als die babylonische Kultur anzusehen haben, wie sie inauguriert worden ist durch Gilgamesch, lebte dasjenige, was in den heiligsten, verborgensten Mysterien der Chaldea liegt. Diese Initiierten der Mysterien waren allerdings in das Innerste eingeweiht, aber das zog sich doch nur wie ein kleiner Strom durch die äußere Kultur hindurch. Diese äußere Kultur war ein Ergebnis der Impulse des Gilgamesch. Nun hat sich uns ja aus all diesen Betrachtungen ergeben, dass Gilgamesch als Persönlichkeit im Grunde genommen nicht so weit war, dass er eine völlige Einweihung hätte erleben können. Gerade dadurch aber, dass er nicht in der Zeit, in der er wirkte, sozusagen seine eigenen persönlichen Impulse auslebte, das, was seine Kraft war, der Welt mitteilte, war er ganz besonders dazu imstande, durch sich durchwirken zu lassen, eine der geistigen Wesenheiten, die wir zu der Klasse der Feuergeiste, also der Achangeläude, Erzänge, rechnen. Solch eine Wesenheit wirkte durch Gilgamesch und die Ordnung der babylonischen Verhältnisse, die treibenden Kräfte derselben. Für die Gilgamesch das Werkzeug war, haben wir bei einem solchen Feuergeist zu suchen. So haben wir uns diesen Gilgamesch so recht vorzustellen unter einem Bilde, das uns gegeben konnte, das uns geben konnte, das Symbolum des alten Kentauren. Solche alten Symbole entsprechen mehr der Wirklichkeit, als man gewöhnlich denkt. Ein Kentauer, halb Tier, halb Mensch sollte immer darstellen, wie in den mächtigeren Menschen der alten Zeit wirklich in gewisser Weise auseinanderfiel das höchste spirituelle Menschentum und dasjenige, was die einzelnen Persönlichkeiten mit der tierischen Organisation verbannt. Wie ein Kentauer, so wirkte dieser Gilgamesch auf diejenigen, die ihn beurteilen konnten und so wirkt er heute noch auf diejenigen, die ihn beurteilen können. Hier war nicht wahr, verhältnismäßig viel geblieben von jenem Wissen, was das durch wenige Inkarnationen noch bewahrt geblieben war, aus dem kosmischen Aufenthalt der außerhalb der Erde. Da war bei dieser Persönlichkeit eine Art Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit, Hellerkenntnis vorhanden. Und aus dem Zusammenfluss desjenigen, was aus den alten Eroberergewohnheiten und aus dem auf Rhythmus hin zielenden Gedächtnis bei der einen Persönlichkeit vorhanden war und aus dem Hineinschauen in die Weltengeheimnisse der anderen Persönlichkeiten wuchs so, wie das ja in älteren Zeiten zumeist der Fall war, der Aufbau der sozialen Ordnung in jener Stadt vor der Asiens. Friede zog in diese Stadt ein, Glück der Bewohner zog ein und alles wäre zunächst in Ordnung gewesen, wenn nicht ein bestimmtes Ereignis eingetreten wäre, das den ganzen Lauf der Tatsache in einer anderen Weise wiederum orientiert hat. Da war in jener Stadt, also gemeint ist der Uruk, eine Art Mysterium, das Mysterium einer Göttin. Und dieses Mysterium bewahrte außerordentlich viele Geheimnisse der Welt. Aber es war im Sinne der damaligen Zeit eine Art, ich möchte sagen, synthetischen Mysteriums. Das heißt, da waren gesammelt in diesem Mysterium die verschiedensten Mysterienoffenbarungen Asiens. Und zu den verschiedenen Zeiten wurden die Mysteriengehalte in einer variierten, metamorphosierten Weise dort gepflegt und gelehrt. Das verstand zunächst diejenige Persönlichkeit, die im Epos den Namen Gilgamesch trägt, nicht. Klagte an diese Mysterienstätte, dass sie Widerspruchsvolles lehrte. Und dadurch, dass von maßgebender Seite, denn die beiden Persönlichkeiten, von denen ich spreche, waren ja diejenigen, die eigentlich der ganzen Stadt die Ordnung und die Verwaltung gaben, dadurch, dass von einer so bedeutungsvollen Stelle das Mysterium angeklagt wurde, ergaben sich Schwierigkeiten, die zuletzt dazu führten, dass die Mysterienpriester sich an diejenigen Mächte wandten, an die man sich eben in den alten Mysterien wenden konnte. Sie werden ja heute sich nicht verwundern, dass man sich in den alten Mysterien wirklich an die geistigen Wesenheiten der höheren Hierarchien wenden konnte, da ich Ihnen doch gestern gesagt habe, Asien war in alten orientalischen Zeiten ja eigentlich nur der unterste Himmel und in diesem untersten Himmel wusste man die göttlich-geistigen Wesen gegenwärtig und verkehrte mit ihnen. Dieser Verkehr wurde insbesondere in den Mysterien gepflegt. Und so wandte sich denn die Priesterschaft der Ishtar-Mysterien an diejenigen geistigen Mächte, an die sie sich sonst immer gewendet hatte, wenn sie Erleuchtungen wollte, und da kam denn das zustande, dass diese geistigen Mächte eine gewisse Strafe über die Stadt, also Uruk, verhängten. Man drückte das dazu mal so aus, dass man sackte. Etwas, was eigentlich eine höhere geistige Kraft ist, wirkt in Erek, also Uruk, als tierische Gewalt, als gespensterhafte tierische Gewalt. Es kam allerlei über die Bewohner physische Krankheiten, aber nämlich seelische Zerrüttungen. Und die Folge davon war, dass die eine Persönlichkeit, die sich zu Gilgamesch geschlagen hat, die im Epos Erbani genannt wird, infolge dieser Schwierigkeiten starb, aber eigentlich zur Fortsetzung der Mission der anderen Persönlichkeit auf Erden, auch nach dem Tode, geistig bei dieser Persönlichkeit verblieb. Sodass wir also die spätere Lebenszeit, die spätere Entwicklung jener Persönlichkeit, die im Epos den Namen Gilgamesch trägt, so aufzufassen haben, dass auch weiterhin ein Zusammenwirken ist zwischen den zwei charakterisierten Persönlichkeiten, aber so, dass Eingebungen, Erleuchtungen des Gilgamesch von Seiten des Erbani in der Folgezeit stattfanden, sodass Gilgamesch allein fortdauernd handelte, nicht nur aus seinem eigenen Willen heraus, sondern aus dem Willen der beiden, aus dem Zusammenflüsse des Willens der beiden. Damit habe ich Ihnen wieder etwas hingestellt, was in diesen alten Zeiten durchaus eine Möglichkeit war. So eindeutig war das menschliche Gemüt nicht in jener alten Zeit, wie es heute ist. Daher konnte es auch in dem Sinne nicht das Erlebnis der Freiheit geben wie heute. Es konnte durchaus entweder ein geistiges Wesen, das niemals auf Erden sich verkörpert hatte, durch den Willen einer irdischen Persönlichkeit wirken, oder es konnte, wie es ja bei Gilgamesch der Fall war, eine Persönlichkeit, die schon durch den Tod gegangen war, die ein Postmortem führte, durch den Willen einer Persönlichkeit auf Erden sprechen, handeln. Und so war es bei Gilgamesch. Und aus dem, was sich auf diese Weise aus dem Zusammenflüsse der zwei Willen ergab, stieg in Gilgamesch vor allen Dingen eine ziemlich klare Erkenntnis davon auf, in welcher historischen Lage er sich eigentlich befand. Er fing an, gerade durch den Einfluss des ihn inspirierenden Geistes zu wissen, dass das Ich sich heruntergesenkt hat in den sterblichen, physischen und in den Ätherleib und es fing für Gilgamesch an, das Problem der Unsterblichkeit eine intensiv starke Rolle zu spielen. Alle seine Sehnsucht ging darauf hin, irgendwie hinter dieses Problem der Unsterblichkeit zu kommen.